Bismillahirrahmanirrahim Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alayhi wa sallam Wahrlich, es gibt keine Vorzüge, die ein Araber über einen Nicht-Araber besitzt, noch ein Nicht-Araber über einen Araber, noch gibt es ein Vorzug eines weißen Menschen über einen schwarzen Menschen oder eines schwarzen Menschen über einen weißen Menschen, außer durch Takwa. Du nennst dich Türke, Araber oder Perser und glaubst deswegen ausgezeichnet zu sein, obwohl du aus Erde erschaffen worden bist, wie jeder andere. Immer wieder rühmst du dich mit deiner Herkunft, deiner Nationalität und deinem Stamm. Du rühmst dich damit so sehr, als wäre es dein Blut, welches die Rechtleitung schenkt. Es ist aber nicht deine Hautfarbe, deine Sprache oder deine Nation, die dich vor dem Höllenfeuer rettet. Nein, Allah ist derjenige, der dich recht leitet. Und der Islam ist es, der die Ehre verleiht. Also warum dieser falsche Stolz, dieser verlogene Nationalismus? Glaubst du wirklich, dass bei Allah deine Herkunft oder dein Blut zählt? Dass das der Grund ist, dich ins Paradies eintreten zu lassen? Nein, bei ihm zählt nur die Anstrengung.